Mann, Odi, wir wurden verhaftet. Schau mal, mein Bild. Du bist am Strand. Aber wir müssen hier irgendwie ausbrechen, Leute. Und du musst uns dabei helfen. Deswegen schau das Video unbedingt bis zum Schluss. Denn wir müssen hier unbedingt raus. Odi, schau mal, wir müssen hier an der Toilette etwas machen. Schau mal, Odi, wir können hier raus. Das ist ein Geheimversteck, Brax hier. Er hat uns ein Geheimversteck gezeigt. Oh, Stufe 1 unterirdisch. Oh, ui, Brax, wir sind in der Kanalisation. Stimmt, da war ja auch die Toilette. Wir müssen hier irgendwie raus. Luftballer, oh, was ist das? Ein Clown, lauf schnell weg, lauf schnell weg. Hey, das ist ein... Wir müssen hier rüberspringen, du musst vorsichtig sein, Odi. Du hast recht, Brax hier. Da ist Säure unten. Ich weiß, aber können wir da rechts rüberspringen oder geradeaus? So, komm. Oh, das war wirklich knapp, Odi. So, was ist das denn hier? Das ist ein Leuchter. Warte mal, Brax, schau mal. Hier ist ein Megaskelett. Oh, nein, 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 nein. Wir müssen schleunigst hier aus dem Gefängnis ausbrechen, Odi. Beeil dich. Oh, komm schon, gib Gas. Was müssen wir hier machen, rüberspringen? Odi, du darfst die Rohre nicht berühren. Ja, danke, das habe ich jetzt auch bemerkt. Mehr schnell. Und jetzt hier rüber. Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Sehr gut, Odi, sehr gut. Nicht, dass die Polizei uns erwischt. Das reicht. Wow, wir haben Lava getroffen. Es ist heiß hier. Wir müssen hier hoch, Odi, komm mit. Mann, wer hat das alles hier gebaut? Irgendjemand, der vor uns ausgebrochen ist. Aber ist doch egal, Hauptsache, wir kommen hier aus dem Gefängnis raus. Du hast recht, Braxy, na los. Und zack, wir sind drüben, wir sind drüben. Yippie, wir sind die... Iiii, da ist... Iiii, aber egal. Wir müssen unbedingt hier raus. Na los, klettern. Warte, ich muss hier lang klettern. Komm schon, komm schon, komm schon, Odi, schneller. Stufe 2, die Lüftungsschlitze. Was müssen wir hier machen? Wir müssen leise sein, sonst hören die uns. Du hast recht, wir dürfen das Rote nicht berühren, Odi. Das ist sehr heiß. Du hast recht. Und hier... Ah, Mann. Nein, möchte ich nicht. Verflucht und zugenäht, Odi. Wie haben wir das ber... Ich schaff das jetzt, du musst das schnell machen. Wieso habe ich das denn schon wieder berührt? Ich habe das doch gar nicht berührt. Deswegen, du musst es schnell machen. Oh, Mann, Odi. Ritz hier. Oh, ich glaube, die Polizei sucht uns gerade Odi. Oh, oh. Verheil dich jetzt. Und geschafft, komm. Müssen wir jetzt hier hochfliegen? Yippie. Oh. Wie cool. Schnell weiter, schnell weiter. Pass auf, pass auf. Laser strahlen. Und jetzt, und jetzt. Aua. Ach, wir müssen da runterspringen, wenn die kommen, Odi. Ja, wir müssen uns da unten verstecken. Oh, Mann, wir sind echt blöd. Oh, oh, oh. Okay. Hast du's? Aha. Okay, die sind rüber, die sind rüber. Oh, nein. Muss warten, wenn die hinter dir sind. Ich weiß, Odi. Ich hab das Spiel verstanden. So. Jetzt schnell hier rein. Ich hab's. Sehr gut, Odi. Sehr gut. Jetzt warte ich. Los. Warten. Warten. Jetzt. Los. Komm schon, komm schon, komm schon. Geschafft. Mega cool. Hä? Der Säure-Breaks hier. Du musst hier vorsichtig sein, Odi. Was machen die denn in diesem Gefängnis? Weiß ich nicht, aber das ist unser Ausgang, Odi. Komm schon. Noch ein bisschen. Wir haben's gleich, Odi. Langsam. Und rüber. Sehr gut. Yippie. Okay, das ist einfach. Wir dürfen diese roten Stänge hier nicht berühren. Wenn du das schnell machst, geht das voll einfach. Ich weiß. Danke, Odi. Was ist das denn jetzt hier? Oh nein, nicht schon wieder Lava. Ich hasse Lava. Komm schon. Odi, wir dürfen das nicht vermasseln jetzt. Die Polizei sucht uns. Ja, ich weiß. Wo verstecken wir uns denn, wenn die uns finden? Das überlegen wir uns gleich. Und reinspringen. Was ist das denn hier? Ich glaube, ich hab den Ausgang, Odi. Freiheit. Freiheit. Und? Yippie. Nein, Level 3. Außerhalb der Zelle. Hä? Was ist das hier? Wir müssen hier wieder hochfliegen, Odi. So. Hä? Hier ist einer. Der kann uns helfen. Äh, wo denn? Hey, schau dir diese Ventilator an. Der ist... Warum ist der blockiert? Vielleicht gibt es etwas, was wir tun können, um ihn zu zerstören. Warte mal. Wir müssen hier etwas finden, Odi. Hier ist ein Knopf. Wow, mach Dreck drauf. Hä? Ich hab ihn gedrückt. Wow, ich hab ihn zerstört, Odi, für uns. Wow, sehr gut, Brex hier. Hier und jetzt wieder zurück. Und jetzt hier rein. Hä? Sicher, dass wir da... Oh, oh. Der Sicherheitsbeamte. Der sieht uns. Der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen, Odi. Oh, nein. Alarm, Alarm, Alarm. Die Zellen gehen zu. Komm schon. Oh, lauf, 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 lauf. Wohin sollen wir denn? Wohin sollen wir denn? Wir müssen... Da hinten hin. Hier hoch, hier hoch, Odi. Hier hoch. Du hast recht. Komm hoch, schnell. Ich hab's. Sehr gut, sehr gut. Hä? Oh. Oh, nein. Das war die falsche Tür, Brex hier. Das war wirklich die falsche Tür. Ich dachte, wir fliegen hoch. Beeil dich, Odi. Die sind gleich da. Komm schon, komm schon. Und hier hoch. Kommen wir nicht von hier. Jetzt müssen wir nach rechts gehen. Und was ist hier drin? Hier, Odi, die Kantine. Los, los, los. Oh, schau mal, hier ist McDonald's. Odi, wir haben keine Zeit für McDonald's. Komm mit. Der schläft, der schläft. Sei leise. Wir brauchen die Karte hier. Oh, oh. Da müssen wir jetzt hin, Odi. Okay, okay. Wir müssen da vorsichtig nach oben gehen. Komm mit, schnell. Leise. Okay, hier lang. Und zack. Und zack. Wir schaffen das Brex hier. Hier ist Säure, Odi. Auf den Stuhl. Wir schaffen das. Oh, oh nein, Leute. Hier sind Säure überall. Das ist ja voll blöd. Wie sollen wir denn hier ausbrechen, Odi? Du musst auf den Stühlen springen. Ich hab's. Sehr gut, Odi, sehr gut. Ich hab's auch, okay. Sehr gut. Okay, wir müssen eine Pistole und dann da drauf schießen. Schießen. Hä? Nein, die schießen, die schießen. Pass auf. Ach, so die schießen. Oh, Mann. Nein. Oh, verflucht. Okay, Odi, das ist einfach. Wir müssen nur warten, bis die aufgehört haben zu schießen. Du hast recht. Ja. Ich hab's. Ich hab's auch. Warte. Und drüber, rüber, rüber. Okay. Wir haben's geschafft, Odi und Nu. Hier hoch, hier ist ein Schach. Komm schon. Und zack. Hi, hi. Hi, hi. Wir haben's gleich geschafft, Briggs. Hier. Das ist ja mega cool. Richtig cool. Komm schon, komm schon. Wir sind so schnell, wir sind so schnell. Warum sind wir so schnell? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Jetzt wieder. Hä? Hier drüben, hier drüben, Odi. Mann, wir sind wieder da, wo wir... Ach so, wir müssen die Tür aufmachen. Warte. Er hat die Bläserboden aktiv... Oh, du hast mich geschobst. Entschuldigung. Komm schon, Briggs, hier. Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Geschafft, Odi. Na los. Müssen wir jetzt hin. Ja, wir dürfen das Wasser nicht berühren. Oh, wir dürfen den Boden allgemein nicht berühren. Aua. Hast du ihn berührt? Ja. Okay, nicht schlimm, Odi, nicht schlimm. Komm schnell. Hoch. Dann hier rüber. Aua. Das ist voll schwer. Ich hab's geschafft, Odi. Ich warte hier auf dich. Beeil dich. Na gut, ich komm. Zentrier dich, Odi. Du schaffst das. Ja? Ah. Bin nicht so schnell, Odi. Du brauchst noch Luft zum Atmen. Du hast recht, Briggs. Ich beeil mich diesmal. Okay, beeil dich. Jetzt schaff ich's. So. Sehr gut. Warte, warte, warte. Okay, jetzt. So. Und zack. Und hallo. Hallo, Odi. Komm. Oh nein. Hier sind wieder diese Laserkisten. Das schaffen wir. Das schaffen wir. So. So. Und hier drüben. Hä? Ha. Geschafft. Hä? Wir müssen hier lang. Wir können nicht in die Dusche, Briggs hier. Äh, äh. Lass uns nach rechts gehen. Hier hoch vielleicht. Na gut. Was ist aber hier? Vielleicht unsere Freiheit. Oh, oh. Freiheit. Hä? Da ist die Kamera. Hä? Hier läuft die. Eine Rakete. Oh, die schießen. Die schießen. Pass auf. Oh, pass auf. Ah. Okay. Die haben da liegen geschossen. Da ist eine Rakete, Briggsie. Warum ist im Gefängnis eine Rakete? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wir müssen den Knopf hier drücken, glaube ich. Na los. Ich habe ihn gedrückt. Und nun. Oh. Schnell, schnell, schnell. Hier ist eine Rampe. Okay. Und nun. Massen wir die Rakete hoch. Ich glaube, wir können mit der Rakete fliehen. Das wäre mega cool. Das wäre mega cool. Na los. Na los. Na los. Und. Aua. Nein, 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 nein. Briggsie, komm. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Wir sind drin. Und nun. Den Knopf drücken. Oh. Oh. Die Rakete zündet. Wir sind in Freiheit, Odin. Die fliegt aber zum Mond, du Idiot. Oh, nein. Oh, Odin. Wir sind die besten Lieferanten in Roblox. Oh, cool. Oh, warte mal, Briggsie. Ich kriege einen Anruf. Von wem? Warte mal, wir müssen Pakete liefern. Wir sind schon zu spät. Okay, warte. Leute, Odin und ich müssen heute die Pakete liefern. Wir sind eindeutig zu spät. Aber ihr müsst jetzt ein Like da lassen, damit wir nicht zu spät kommen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn wir sind kurz vor den 200.000 Abonnenten. Das wäre mein größter Wunsch. Okay, Odin. Oh, nein. Unser Zug ist weg. Oh, mein Briggsie. Okay, warte. So, jetzt. Hopp rein. Okay. Wir müssen das wirklich vorsichtig machen, okay? Oh, oh. Briggsie, schau mal da oben. Da vorne ist Verkehrsstau. Okay, ich beeile mich. Oh, wir müssen vorsichtig sein. Oh. Er hat uns gecrashed. Oh, Mann. Verdammt. Okay, wir nehmen diesen hier jetzt einfach. So, der bringt mehr Glück. Komm mit. Na los, Briggs hier. Du musst vorne warten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich komme aber nicht mehr rein. Warum? Hä? Au. 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 Okay, tut mir leid. Das wird Ärger geben. Mann, wieso geht der denn jetzt nicht weg? Odin, wir haben ein kleines Problem. Warte, ich hole einen neuen. Oh, das geht nicht. Vielleicht hier drüben. Komm schon, wir kriegen Ärger, Udi. Hier ist ein neuer. Aber nicht, dass wir jetzt da reincraschen in den alten. Geht der nicht weg gleich? Weiß ich nicht. Fahr einfach. Okay, wir fahren einfach durch. Oh, okay, er ist weg. So, Udi, hier ist jetzt Verkehrsschau, hast du gesagt, ne? Vorsicht, warte. Jetzt. Warte, das nächste. Oder jetzt? Ja. Und da ist ein Paket. Okay, okay, Udi, wir können es schaffen. Vorsichtig. Das ist ein Auto. Das nächste Paket. Okay, wir schaffen das, Udi, wir schaffen das. Fahr, fahr, fahr. Ich fahre doch schon. Wo ist der denn? Oh, der ist wirklich schon hinter uns. Aber nicht so schnell, nicht so schnell. Ich bremse aber fett. Oh Mann, Udi. Du musst doch aufpassen. Okay, das ist jetzt unser letzter Versuch, sonst werden wir gefeuert. Oh nee, ich will nicht gefeuert werden. So, wir machen jetzt alles richtig, Udi. Keine Sorge. Ich bin Kofi-Lokführer. Oh, cool. Warte, jetzt müssen wir hier einmal kurz anhalten. Und hinterher. Los, 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 los. Okay, jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Aber er muss mal ein bisschen schneller fahren. Ja, und hinter uns kommt schon ein Auto. Das musst du richtig gut machen jetzt. Okay, wir haben das zweite Paket schon. Alles gut. Hier haben wir eben einen Unfall gemacht, Udi. Aber diesmal machen wir keinen Unfall. Langsam, langsam, langsam. Ja, ja, ja. Ich habe alles unter Kontrolle. So, warum fahren wir denn so langsam? Man weiß ich nicht, Braxy. Aber wir müssen jetzt hier rüber. Okay, sehr gut, sehr gut. Wir haben drei Pakete, die wir ausliefern müssen. Oh, das ist so cool, Freunde. Hier ist eine scharfe Kurve. Pass auf, langsam. Okay, langsam. Und alles richtig gemacht. Schau mal, da ist eine Ampel, Brax, hier. Die ist grün. Wir können rüberfahren, stimmt's? Äh, genau. Sehr gut. Langsam, langsam. Okay, oh. Okay, okay, okay. Wir sind gleich... Wo ist denn der nächste Paketstopp? Weiter geht's. Äh, der nächste Paketstopp ist... Da oben. Wirklich? Langsam. Mann, Brax hier. Das hat doch gar keinen Sinn gemacht, Odi. Oh, du Blödmann. Ich fahr jetzt selber. Nein, wir... Okay, fahr du. Ich setz mich hinten drauf. Ich sammle die Pakete. Los. Okay. Du hast meinen Platz geklaut. Mein Platz. Pech gehabt. Komm jetzt hinten rein. Mann, Brax hier. Letzter Versuch. Okay, danach darfst du. Okay. So, jetzt müssen wir einmal kurz bremsen, weil jetzt kommt ein Auto und hinter dem fahren wir jetzt einfach hinterher. So. Genau. Ich war eben viel zu schnell. Tut mir leid, Odi. Oh, Maxi, nicht nochmal so. Nein, ich mach langsam. So. Oh, hinter uns ist aber ein Auto. Ich mach langsam, Odi. Odi, was machen wir falsch, verdammt? Man sitzt hier. Okay. Okay, Odi. Jetzt aber versprochen. Jetzt funktioniert es. Komm. Nein, ich fahr. Mann, du Blödmann. Dann fahr halt du. Los, fahr. Odi, du sollst nicht einschlafen, sonst lass mich fahren. Na gut, ich fahr doch schon, du Blödmann. Okay. Während Odi hier fährt, kommentiere ich das Ganze. So, das erste Paket. Sehr schön, Odi. Du musst jetzt... Oh, er ist hinter uns, Odi. Er ist hinter uns. Alles gut. Ich krieg das hin, Braxia. Okay, ich vertraue dir, Odi. Pass auf. Das wird jetzt richtig holprig werden. Alles gut. Wir müssen nur bremsen und schneller und bremsen und schneller. Okay, gleich müssen wir nach links. Nicht vergessen, dort ist ein Paket, was ich aufsammeln muss. Du sammels auf. Okay, fahr, fahr, fahr. Und zack. Sehr gut, Odi. Sehr gut, Braxia. Okay, da ist noch ein Paket. Du fährst, glaube ich, viel zu schnell, Odi. Oh, das war knapp. Ich bin Profi-Lockführer Odi. Die Ampel ist grün. Warum bremst du? Mann, Braxia, ich hatte Angst, dass es jetzt rot wird. Okay, sehr gut. Jetzt schnell. Die Ampel ist grün. Da vorne. Nein, nicht schnell. Das ist gerade der Fehler, Braxia. Hä, ich würde dir jetzt Gas geben. Nein, hier sind Hubbel. Deswegen haben wir letzte Runde, sind wir gestorben. Stimmt, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, sag ich doch. Okay, dann kommt jetzt hier die nächste Kurve. Da ist das nächste Paket. Kriegen wir das? Du bist falsch. Oh. Hä? Was müssen wir jetzt machen, Odi? Das ist die falsche Spur. Müssen wir rückwärts jetzt wieder fahren? Weiß ich nicht, aber wie ändern wir das denn? Warte mal, Odi. Vielleicht muss ich das ja für dich ändern. Nein, kann ich nicht. Hm. Hm. Wir sind falsch gefahren, Odi. Wir müssen da links. Ja, aber wie sollen wir denn da hinfahren? Vielleicht müssen wir da ja runterfallen. Bist du dir sicher? Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Aber wenn wir da runterfallen, sterben wir. Die Spur ist verschwunden. Nee, fahr einfach. Was soll passieren? Wow, es ist unsichtbar, Odi. Das ist ja voll unfair. Hier waren Hubbeln, hier waren Hubbeln. Ich habe es gemerkt. Ich bin langsam gefahren, Braxia. Okay, Odi, jetzt volle Pulle. Vollgas. Sehr gut. Okay, warte. Da steht was auf den Schildern. Lass mich lesen. Verwende deinen Boost hier. Okay, Odi, du musst hier deinen Boost verwenden. Ich benutze ihn, Braxia. Boost ihn, weil dort ist nicht... Du musst ihn benutzen, Odi. Lass mich fahren. Okay, ich fahr. Du blöd. Oh nein, Odi ist gestorben, Leute. Aber ich muss die Pakete jetzt bringen. Ich muss den Boost benutzen. Stand da. Okay, warte. Ich benutze den Boost genau am Ende. Und... Oh, oh. Und Boost. Wow, wie cool. Und jetzt geht es runter. Und wir sind da. Und bremsen, 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 bremsen. Oh nein. Odi, bist du hier? Wo bist du? Ich bin hier bei der Paketrückgabe. Ich habe die Pakete zurückgegeben. Mann, du Blöd, Mann. Ich muss alles von vorne machen. Darfst du das? Ich schaffe das. Soll ich auf dich warten? Wie du willst. Okay, dann fahre ich schon mal. Vielleicht schaffe ich es ja nicht. Dann sehen wir uns wieder hier. Oder warte, ich gebe Vollgas, Odi. Okay? Okay. Okay, Leute. Wir geben jetzt richtig Vollgas auf der Achterbahn. Okay, beweg dich langsam vorwärts. Niemals mit Boost. Oh, okay. Okay. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Und Boost. Boah, Leute. Das ist ja mega cool. Und... Okay, das war ein Fehler. Ui, aua. Okay, Odi. Ich versuche es nochmal. Okay, ich komme gerade schon. Alles gut. Okay, Leute. Während Odi kommt, müssen wir das nochmal probieren. Das war ja mega lustig. Okay, wir müssten jetzt hier... Ich muss nur vorher bremsen. Das schaffe ich. So. Okay, mach dich bereit. Wir sind bereit, Freunde. So. Es geht los. Drei, zwei, eins, go. Und... Jetzt brauchen wir... Düsenantrieb, Düsenantrieb. Und... Let's go. Okay, bremsen, 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 bremsen. Oh, wie cool. Und Boost. Ich habe ein Fallrückzieher gemacht, Odi. Oh, wie cool. Oh, 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 oh. Nein. Oh, oh. Odi, das ist ja voll lustig. Du musst unbedingt herkommen. Vereil mich schon, Drexier. Okay, Leute. Während Odi hierher kommt, muss ich euch noch ein kleines Geheimnis verraten. Denn Odi und ich spielen gemeinsam mit unseren Zuschauern Roblox. Und alles, was du dafür tun musst, ist dieses Video nur bis zum Schluss anschauen. Denn gleich verrate ich dir, wie du mit uns mitmachen kannst. Das wird richtig cool. Und ich würde mich freuen, falls du das Video noch nicht geliked hast, wenn du jetzt ein Like da lässt. Odi, bist du soweit? Ich bin gleich da. Wirklich? Bist du das da hinten? Ich sehe dich. Ich komme. Tschut, Tschut. Leute, da ist Odi. Du schaffst das. Mach langsam, Odi. Hier wird es gleich richtig holprig. Ja, ich verstehe schon. Oh, du hast die nächsten Pakete mitgebracht. Okay. Ich komme. Antrieb. Warte, kein Antrieb. Kein Antrieb. Warum? Weil das gleich richtig holprig wird. Du musst... Und Antrieb. Okay. Sehr gut. Und jetzt musst du gleich bremsen. Bremsen? Warum das denn? Okay. Sehr gut. Und hier musst du deine Pakete abgeben. Los. Kann ich sie für dich abgeben? Nein. Du musst zurückfahren. Sehr gut. Okay. So. Jetzt rück nach hinten mit dir. Ich will fahren. So. Odi. Okay. Okay. Und jetzt müssen wir richtig langsam fahren, Odi. Okay? Schau mal. Los. Explodieren. Okay. Das wird jetzt gleich hier explodieren, steht da. So. Wir sind da. Und es geht gleich los. Drei. Zwei. Eins. Go. Wow. Wir sind richtig schnell, Brexia. Wir müssen langsamer werden, langsamer werden, langsamer werden. Ich kann nicht langsamer werden. Wie soll das denn gehen? Brexia. Mann, wieso? Wenn wir explodieren, können wir da doch nicht durchfahren. Mann. Okay. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Komm mit. So. Ey. Los. Okay. So. Ich glaube, ich muss die ganze Zeit bremsen, oder? Kann sein. Bleiben sie in dem roten Bereich. Okay. Du musst im roten Bereich bleiben. Meinen die hier? Nein. Wenn sich ein Spieler freu... Ach so. Okay. Verstehe. Verstehe. So. Jetzt sind wir da. Jetzt wird es gleich explodieren, Odi. Und wir müssen richtig... Und... Los geht's. Kannst du jetzt nicht Gas geben? Wieso soll ich denn Gas geben? Wir sind doch viel zu schnell, Odi. Wie soll das denn gehen? Ja. Du gibst doch auch Gas, oder nicht? Ich gebe kein Gas. Ich fahre rückwärts, Odi. Hä? Hä? Leute, wisst ihr, wie das funktioniert? Das macht doch gar keinen Sinn. So. Okay, Odi. Guck. Ich... Du siehst doch, dass ich bremse. Halte den ganzen Weg Beschleunigung am Hü... Um am Hügel... Mit niedrigen Bremsen-Upgrades wirst du beim... Hä? Wir brauchen Upgrades. Hm. Okay. Dann müssen wir, glaube ich... Im Shop. Im Shop? Wirklich? Ja, da kann man seine Bremsen upgraden und so. Stimmt. Wir holen uns Bremsen. Ich... Ich hol mir Bremsen. Ähm... Ich habe 5.700, richtig? Richtig. Ich habe 6.000. Aber wie... Ach da. Kaufen. Okay. Ich habe unsere Bremsen ge... Äh... Ge... Ge... Geupgradet, Odi. Okay, Brexi. Dann los geht's. Okay, los geht's. Es geht los, Leute. Wir haben jetzt bessere Bremsen. Okay. Mach dich bereit. Halt dich fest, Odi, ja? Oh, ich halte mich fest. Oh, ich bremse. Ich bremse. Aber wir sind schon wieder immer noch zu schnell, Odi. Das ist viel zu schnell. Oh. Ah, Mann. Welche Bremsen müssen wir denn kaufen? Das macht gar keinen Sinn, Odi. Ich habe Bremsen gekauft. Warte mal. Vielleicht muss ich die auch ausrüsten. Denkst du? Wir gehen ins Shop rein. Jetzt habe ich mir Bremsen gekauft. Ja, ich habe mir Bremsen gekauft, Odi. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich male das Auto in einer anderen Farbe. In Gelb. So. Oh. Okay, das kostet Geld. Hm. Ich weiß nicht, Odi. Ich habe die Bremsen gekauft. Aber wir sind immer noch viel zu schnell. Kann ich mal probieren? Probier du mal. Komm. Du wirst genau das gleiche machen wie ich, Odi. Na, warte. Leute, drückt uns die Daumen. Wird es jetzt funktionieren? Okay. Bist du bereit? Ready. Ich werde jetzt schon bremsen, Odi. Siehst du? Siehst du? Wir sind viel zu schnell. Es wird nicht funktionieren, Odi. Mal sein. Hä? Irgendwas. Hm. Wartet mal kurz. Und Besiegbarkeit. Hm. Umschalten. Nö. Mann, was ist denn das? Sabotage, Stufe, Überspringen. Mann, das kostet alles Geld, Odi. Was können wir denn machen? Wir brauchen wirklich Upgrades, oder? Ja, wir müssen, ähm, andere Pakete wieder bringen. Okay, Odi. Ich habe jetzt Robux gekauft. Jetzt werden wir es schaffen, okay? Okay. So, ich setze mich hier hin. Warte. Äh, warte. Na los. So, warte. Ich muss jetzt meinen Shop, ich muss meine Bremsen besser machen. So. Äh, kaufen. Ja, möchte ich. Ich möchte noch bessere Bremsen. Und noch bessere Bremsen. Und ich möchte das... Kann ich das Auto in einer anderen Farbe machen? Okay, kann ich noch nicht. Ich kaufe die besten Bremsen, Odi. Hab gekauft. So, jetzt müsste es gehen. Wie teuer war das? Hm, das hat fast 50.000, äh, Dollar gekostet. Oha. Mhm. Aber jetzt müsste es funktionieren. Ich habe die stärksten Bremsen. Ja, ja, nein, Odi. Brems. Ich bin rot. Ich bin... Tschüss, Odi. Bremsen. Bremsen. Ich komme auch zu dir. Odi. Wir werden es nicht schaffen. Werden wir nicht. Doch, jetzt aber. Wir sind viel zu schnell. Aber warum sind wir denn hier? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, wir sind die besten Paketlieferdienste. Und jetzt geht es runter. Tschüss. Oh. Glooping. Glooping. Paket eingesammelt. Sehr gut. Okay. Wir müssen hier jetzt, glaube ich, bremsen, oder? Oh, wir fahren rückwärts. Oh, oh. Oh, Mann, du Blödmann. Wir brauchen doch den Antrieb. Okay, es geht los. Antrieb. Wow. Nicht so schnell. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, wir brauchen noch ein bisschen Antrieb. Oh, oh. So. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm schon, komm schon. Hallo, booste uns. Booste uns, bitte. Noch ein kleines bisschen. Ich drücke, ich drücke, ich drücke. Ungeschafft. Nein, 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 nein. Oh, frick hier. Okay, tut mir leid. Was kann ich denn dafür? Oh, Blödmann. Jetzt aber, jetzt aber, Udi, jetzt aber. Und... Holger! Und boost. Und wir schaffen es. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Doch, wir schaffen es. Guck. Warum denn? Ich habe doch Boost gemacht. Okay, jetzt aber. Okay, wieder rückwärts. Udi, bist du bereit? Du Blödmann. Ich bin bereit. Okay, jetzt aber, jetzt aber. Jetzt bremse ich gar nicht mehr. Und los geht's. Und jetzt booste ich. Warte, 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 warte. Boost. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Geschafft. Ja. Sehr gut. Oh, oh. Mann, ich habe dir gesagt, dass da Diebe sind. Ja, aber darf man da den boosten? Klar. Wir müssen doch weg von den Dieben. Okay, jetzt schaffen wir das. Ich komme hier nie richtig rein. So, jetzt aber. Ohne Pause, Udi, okay? Na gut. So. Das ist, was ist denn jetzt passiert? Das war ich nicht. Wir sind echt die doofsten Dovies. Okay, jetzt, jetzt, Udi, jetzt. So, wir haben nur die ersten Pakete ausgeliefert. Bist du bereit? Ich bin ready. Okay, jetzt vorsichtig anfahren. So, und bereit machen. Okay. Ich muss gleich rechtzeitig bremsen. Und los. Ich bremse, ich bremse. Komm schon, bitte, 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 bitte. Geschafft. Sehr gut. Und gleich kommt das Looping, okay? Erstes Paket. Wir müssen uns beeilen, bevor wir gefeuert werden. Und los geht's. Das zweite Paket. Boost und Boost. So viel, nicht so viel. Und jetzt schnell, Brexie, die kommen. Ich gebe schon Boost, ich gebe schon Boost. Oh, die sind hinter uns. Mehr kann ich doch nicht machen, Udi. Wir haben Abstand zu denen. Das ist sehr gut, Brexie. Oh. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Oh Mann, wir müssen besser werden, Udi. Du hast recht, Brexie. Aber diesmal schaffst du es. Wenn wir einen Vorsprung haben, kannst du bremsen. Okay, okay. Dann musst du mir sagen, wenn wir einen Vorsprung haben, weil ich das nicht sehe. Okay. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, Leute, müsst ihr uns helfen. Und ich verrate euch gleich, wie. Okay, Udi, bist du bereit? Bereit. So, es geht los in drei, zwei, eins und go. Oh, ich bremse schon mal. So, Vollgasbremse. Und ich habe es geschafft. Sehr gut. Jetzt geht es nach unten. Achterbarmfahrt. Looping. Und los geht es mit Boost. Boost, 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 Boost. Okay, stopp. Und los geht es. Okay, Boost. Du warst zu schnell in der Kurve, du Doofkopf. Mann, ich war nicht zu schnell, Leute. War ich zu schnell? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Und wenn du mal zusammen mit mir und Udi spielen möchtest, musst du jetzt unbedingt ein Like und ein Abo dalassen und ein Herz in die Kommentare schicken. Ein gelbes Herz. Damit ich sehe, wer das Video bis zum Schluss geschaut hat. Das würde mich wirklich freuen. Äh, checkt auf jeden Fall meinen besten Freund Odi ab. Der macht auch richtig coole Roblox-Videos. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.